Wir sind jetzt in der Kanzlei von Mag. Nikolaus Rast. Grüß Gott, Herr Mag. Vielen Dank, dass wir zu Ihnen kommen durften. Sie vertreten die Opferfamilie von Hadishat G. Vielleicht ganz kurz vorneweg gefragt, wie geht es denn der Familie, sofern man das überhaupt nach so einer schrecklichen Tat sagen kann? Weil das es Ihnen fürchterlich geht, ist ohnehin klar. Ich glaube, diese Antwort kann sich jeder selber geben. Er braucht sich nur vorstellen, er verliert ein geliebtes Familienmitglied. Und hier noch schlimmer ist es ein siebenjähriges, kleines, unschuldiges Mädchen gewesen, das auf brutalste Weise umgebracht worden ist. Mit einem Brotmesser, mit einem zackigen Brotmesser, wurde der Kopf fast zur Gänze vom Hals abgetrennt. Also eine abscheuliche Tat. Also wie es der Familie geht, ich glaube, das kann sich jeder selber beantworten. Es ist natürlich jetzt ein bisschen erleichtert, weil wenigstens der Täter in Rekordzeit von der Polizei gefunden wurde. Man also zumindest weiß, der Täter sitzt in Haft. So etwas kann nicht wieder passieren. Und an dieser Stelle auch mein Lob an die Polizei für diesen wahnsinnig raschen Ermittlungserfolg. Bedenkt man jetzt noch dazu, dass der Täter bei seiner Einvernahme gesagt hat, ich habe diese Tat eigentlich ohne Motiv begangen. Aus reiner Wut hat die Polizei hier eine Mordserie verhindert, wie sie ihn schon einmal erlebt hat. Da gehört Lob an die Polizei ausgesprochen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass der Täter und das Opfer sich erkannten. Wie gut kannten sich denn die Familien? War das ein freundschaftliches Verhältnis? Wie kann man sich das vorstellen? Waren sie direkte Nachbarn? Wie hat das ausgesehen? Die beiden Familien haben im Gemeindebau, im sogenannten Dietershof in der Heiligenstädterstraße im 19. Bezirk gewohnt. Man kannte sich, wie man Nachbarn kennt, die in der Nähe wohnen. Man war bekannt, man hat dasselbe Herkunftsland. Beide aus Tschetschenien? Beide kamen ursprünglich aus Tschetschenien. Sie waren hier eingebürgert. Die Kinder haben sich verstanden. Es ist ja auch das arme Mädchen nicht in die Wohnung des Täters gezerrt worden, sondern sie ging freiwillig dorthin, weil sie den Täter kannte. Sie hatte Vertrauen zu dem Täter, der offensichtlich zwei Gesichter hatte. Ein normales Gesicht, das er bisher der Öffentlichkeit gezeigt hat. Er ist polizeilich bisher noch nie in Erscheinung getreten. Und ein zweites Gesicht, ein wahres Gesicht, das er an diesem Tattag erstmals offensichtlich der Öffentlichkeit präsentierte. Wie hat denn die Familie, die Opferfamilie darauf reagiert, dass dieser junger Mann der Täter ist, eben weil man ihn kannte, eben weil man die Familie kannte? Man war natürlich entsetzt, weil man es diesem Menschen ja nicht zugetraut hat. Sonst hätte man die Kinder ja nie miteinander spielen lassen. Sonst hätte schon längst die Polizei irgendetwas gegen diese Person unternommen. Nur wusste man eben nicht, dass dieser Mensch offensichtlich, ich würde auf gut wehnerisch sagen, nicht ganz normal ist. Jetzt hat der Täter ja, also das hat auch die Polizei heute im Rahmen einer Pressekonferenz gesagt, aus reiner Wut gehandelt. Weiß man schon, hat er sich Hartischat als Opfer ausgesucht oder war sie wirklich einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Sie haben genau das gesagt, sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das hätte sie genauso treffen können wie mich oder irgendwen anderen. Der Täter hatte in diesem Moment Wut und wollte jemanden umbringen. Das ist das Motiv. Er hat nicht bewusst ein Kind genommen, weil es ihm die Tat dann auch noch erleichtert hätte. Nein, er hat ohne einer Wahl irgendjemanden getroffen und das war leider dieses arme siebenjährige Mädchen. Jetzt lebt eben diese Familie in diesem Gemeindebau in Wien-Töbling, wo ja alles, nehme ich an, Sie jetzt auch an diese Tat erinnert, von den Mistkübeln bis zur Wohnung. Gibt es hier Bestrebungen, dass man in eine andere Wohnung, in einen anderen Gemeindebau umziehen kann? Ist es hier schon zu einer Kontaktaufnahme mit der Stadt Wien gekommen? Die Familie wünscht sich das natürlich und das glaube ich kann jeder nachvollziehen, möglichst schnell aus dieser Wohnung auszuziehen und hofft hier auf die Hilfe der Stadt, auf die Hilfe der Gemeinde Wien, dass man hier der Familie behilflich ist, eine andere Gemeindewohnung zu finden. Dass sie eben nicht täglich an diesen Ort des Grauens, an diesen Ort des Verbrechens erinnert wird, an der Mülltonne vorbeigehen muss, wo das arme Mädchen gefunden wurde, an der Wohnung des Täters vorbeigehen muss. Ich glaube, hier wäre die Stadt Wien dringend gefragt. Um wie viele Personen handelt es sich hier, die jetzt eine neue Wohnung suchen würden? Es sind meines Wissens sieben Personen, die eine neue Wohnung brauchen. Die wir alle gemeinsam leben. Die alle gemeinsam leben. Was ist eigentlich mit dem Vater des Opfers? Das heißt, er ist im Ausland, sitzt dort in Haft, stimmt das? Ich habe keine Informationen über den Vater, dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Aber er ist nicht in Österreich jedenfalls? Ich kenne den Vater bis jetzt nicht. Ich habe Kontakt mit der Mutter des Mädchens, mit dem Onkel und den Geschwistern. Hegt die Familie irgendwelche Rache-Gefühle? Haben Sie da mit Ihnen dazu sprechen können? Nein, also auch wenn die Familie aus Tschetschenien stammt. Nicht jeder Tschetschenien hegt Rache-Gefühle und schwört Blutrache. Die Familie hat mir glaubhaft versichert und auch in einem Gespräch mit der Polizei, dass das Ihnen fremd ist. Rache-Gefühle gibt es nicht. Ist auch vollkommen fehl am Platz. Weil der Täter sitzt in Haft. Es war die Tat einer einzelnen Person. Alle anderen haben damit nichts zu tun. Und die Polizei hat hier in Rekordzeit ihre Arbeit erledigt. Hat die Täterfamilie eigentlich mit der Opferfamilie Kontakt aufgenommen am heutigen Tag bereits? Es gab Kontakt zwischen den beiden Familien. Inhaltlich kann ich darüber nichts sagen. Jetzt sieht es ja danach aus, der Täter ist ja 16 Jahre, dass er voraussichtlich keine lebenslange Haft bekommen wird. Selbst sozusagen, wenn er die Höchststrafe bekommt. Was droht ihm hier jetzt als höchstes Strafmaß? Das wird, ich gehe davon aus, das wird eine Frage sein, die an einen Psychiater gestellt werden wird. Ich gehe davon aus, die Staatsanwaltschaft Wien wird hier ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben. Und je nachdem, ob ein Psychiater dann feststellen wird, dass der Täter in einer Anstalt für Geistigabnahme-Rechtsbrecher einzuweisen ist und dann das Gericht dieser Empfehlung des Psychiaters folgt, kann es bis zu einer Unterbringung für den Rest seines Lebens. Jetzt hat man ja auch in den vergangenen Tagen gelesen, dass die Familie im Gemeindemar auch angefeindet wurde. Wie geht es sich mit diesen Anfeindungen um? Schauen Sie, Anfeindungen. In den letzten Tagen in dem Gemeindebau ist viel passiert. Jeder hat jeden verdächtigt. Keiner hat in Wirklichkeit mehr in Ruhe leben, schlafen gehen, spazieren gehen, irgendwas machen können, weil man sich nicht sicher war, wer ist der Täter. Man dachte, es kann nur einer aus dem Gemeindebau sein, wie viele Bewohner des Gemeindebaus ja bereits ausgesagt haben. Den Schlüssel, den Zugang haben eigentlich nur Personen, die da wohnen. Dass es hier zu Anfeindungen kommt, das ist, glaube ich, menschlich. Nur, ich hoffe, dass damit jetzt Schluss ist. Der Täter ist gefasst, die Polizei hat die Arbeit hervorragend erledigt. Und ich gehe davon aus, jetzt ist es damit vorbei. Abschließende Frage noch zum Begräbnis. Kann sich die Familie dieses Begräbnis leisten oder wird es hier einen Spendenaufruf geben? Es wird für die Familie überhaupt einen Spendenaufruf geben, weil die Familie nicht sehr gut bestückt ist finanziell und Begräbniskosten entstehen werden. Die Familie weiß auch noch nicht, wo das Begräbnis stattfinden wird. Aber alles Weitere muss ich mit der Familie noch besprechen. Wird das in Österreich stattfinden oder wird das Mädchen in Österreich begraben oder wird das in Tschetschenien der Fall sein? Auch das hat die Familie noch nicht entschieden. Okay. Abschließende Frage, wie geht es jetzt in den nächsten Tagen mit der Familie weiter? Wird sie psychologisch betreut? Wie sieht es da aus? Die Polizei hat auch hier reagiert und hat bereits dafür gesorgt, dass die Familie psychologisch betreut wird. Es gab schon Kontaktaufnahme durch eine Psychologin mit der Familie. Ich gehe davon aus, die Psychologin wird einen guten Job machen und der Familie helfen. Aber es wird natürlich eine lange Zeit dauern. Und jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage an Sie. Sie sind auch in Ihrer Rolle als Strafverteidiger ja auch immer wieder mit sehr brutalen Fällen konfrontiert. So ein Fall wie dieser, ist Ihnen der schon einmal untergekommen? Wie nahe geht Ihnen das? So ein Fall wie dieser kann mir in 20 Jahren, ich das jetzt mache, noch nie unter, dass man grundlos auf ein wehrloses, siebenjähriges Mädchen losgeht und sie so brutal ermordet und dann offensichtlich mit einer solchen Kaltblütigkeit die Tat schildert. So etwas ist mir noch nie untergekommen. Wie nahe geht Ihnen das auch persönlich? Oder wie abgebrüht ist man da als Anwalt mittlerweile? Natürlich ist man als Anwalt bis zu einem gewissen Grad abgebrüht. Aber auf der anderen Seite bestürzt mich natürlich auch persönlich, keine Frage. Herr Horst, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Einladung. Wir kommen gleich wieder zurück und machen weiter mit unserer Sondersendung zu diesem schrecklichen Mordfall nach einer kurzen Unterbrechung.